Im Gegnerteam Krabs, McFly, Grants und Anacan. Hallo. Hallo, die anderen. Und wir spielen Swamp Fever. Das ist eine Dreckskampagne. Das wird richtig witzig. Oh ja. Ich hab Angst. Ich hab Angst zu versagen. Regel Nummer 1, aufpassen. Ohne Witz jetzt, wir müssen gewinnen. Das Hauptziel von Left 4 Dead ist gewinnen. Ja, sonst gibt's auch keinen nächsten Part. Oh, dieser Druck. Es ist so weh. Bei Grants wissen die Leute ja hinter der Rage, wenn man verliert. Das muss ja nicht immer so zu Hause sein. Müssen sie ja nicht auch bei dir wissen, sagst du. Ja, ich schneid das raus. Dann sieht man auf einmal so eine Szene aus der alten Kampagne, so ganz wo wir gut waren und am Ende gewonnen haben. Ach so, ich dachte, so eine Wiese, wo kleine Häschen so rüberhöffeln. Oder eine Atombombe. Lobios. Also, wenn die Zuschauer, wenn irgendwann die Facecam weg ist, ja, dann trotzt er. Ich hab Angst. Ich will nicht. Regel Nummer 1, wenn einer gefangen ist, befreien, ja. Und keiner sagt, dass er, wenn er angekotzt ist, nicht sieht. Das ist Schwachsinn. Konzentriert euch. Du siehst alles, wenn du angekotzt bist. Ich kann gar nichts sehen. Wir sind total blind. Das ist richtig gut gemacht in dem Spiel. Schlagen ist wichtig. Ab zur Tanke, Leute. Ach, und wir starten auch noch als Mensch. Also, wir haben halt noch den Druck auf unserer Seite, wenn die haben wir rumspielen können. Wir können ja hier einfach rein, oder nicht? Ah, freche. Links hat ein Medikits. Lampe? Lampe kannst du nicht mitnehmen. So, ihr habt ein Medikits und habt eine Waffe, ja? Ja, vielleicht. Oh Gott. Oh Gott. Los, los, los. Ich hab Angst. Er schreckt die ganze Zeit meine Hand raus. Ist das normal? Ja, jetzt kommt. Ja, ja, das ist halt eine Fehlfilm. Also, nicht auf die Zapfsäule schießen. Wie kann man sich hier denken? Dann passt die aus. Spinner! Charter! Charter ist gegen den Zaun gegangen. Smoker hat mich, Leute. Smoker hat mich. Auf die Zunge. Ab, ab. Geschenk, geschenk! Hey, ich bin immer noch an der Zunge, Leute. Scheiße! Ich hab dich. Okay, okay. Ich muss nicht einfach mal den Charter herkönnen. Ihr könnt, bevor ihr den Smoker kaputt schießt, könnt ihr auch einfach die Zunge zerschießen. Die hält nur einen Schuss aus. Hab ich auch gemacht. Okay. Ich muss jetzt erstmal mit der Steuerung vertraut werden. Weiter, weiter, weiter. Hier zu mir haben sie gespielt, ne? Ja, 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 ja. Hopp, hopp. Ja. Es gibt eine Maximalgrenzung für Zombies auf dem Feld. Das heißt, Zombies, die gerade irgendwo dumm rüberklettern, sind gut. Schlagen hinten. Wer ist das? Wir brauchen hinten. Wir brauchen einer Hilfe. Immer zur Not umdrehen und schlagen. Ja, wenn du ein Zombie dich schlägst, kannst du nicht rennen. Ach so. Sorry. Was auch unfair ist übrigens, und was wirklich ein Vorteil ist, am Anfang als Mensch, äh, als Zombie zu starten, ist, äh, okay. Ja, ich sehe mich. Nein, ich sehe mich. Bleibt stehen und schlag. Ich bin gerade auch noch bei euch. Der Jockey ist kein Problem, den hab ich. Okay. Schigo, beim Schlagen auch umdrehen. Du kannst 360 Grad schlagen. Mhm. Solange die Schlaganimation ist, äh, gehen die Zombies weg. So eine schöne... Roundhouse Cut. Sorry, wir sind wieder, wir sind alle wieder gut. Ja, also kommt wieder. Nicht in die Spitter laufen jetzt. Ich rufe das Boot jetzt, jetzt kommen Zombies. Nicht am Wasser stehen, also kommt hierhin zur Wand. Ähm, weil der Charger, wenn ihr ins Wasser gezogen seid, ist ein Instant tot. Das Wasser ist halt eigentlich nicht gewollt, dass man da reingeht. Das ist, das bringt dich auch als Zombie um das Wasser im Übrigen. Ja, aber er stirbt halt mit. Joro, bei, pass auf. Zunge, 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 zunge. Zunge, zunge, zunge. Zunge geht noch, warte, 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 ich rette dich sofort. Hab ich. Pass auf den Charger, der lebt noch. Der ist hier draußen bei mir. Er will eins und, ich glaube, er hat gecharged. Schigo, pass auf. Ja, 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 ich bin weg, 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 weg. Er schreibt, Anne ist raus. Ja, warten kannst du nicht, das ist vor allem von mir so. Ja, ihr seht die Hand da. Hand ist down. Smoke hat mich, der selbe. Ja, ab. Smoke hat mich. Smoke ist down. Hey, jetzt erst. Oh, 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 ich bin da. Oh nein, alles gut, alles gut. Anne ist aber noch im Test, das heißt, ihr müsst ja gleich wieder... ...deleine aufheben, eben. Ja. Das Bitter ist noch oben am Leben, darum kümmere ich mich aber. Das Bitter habe ich. Vorsicht, Vorsicht, schnell raus, raus, raus. Jockey, 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 Jockey. Der hat mich, komm, komm, der hat mich, der hat mich, Leute. Der darf mich hin, ich habe ihn. Charter, komm, weg vom Wasser. Ich bin, ich liege, Anne, aber lass mich nicht verliehen. Oh nein, ich hatte mich, ich hatte mich, ich hatte mich, oh scheiße. Dann bist du tot. Ja, ja, ja. Wow, das ging schnell. Da musst du, ja, da musst du drauf aufpassen. Ja, ja. Ja, hat's ja nicht getan. Oh Gott. Ja. Warum? Ja, wie, warum? Ja. Hä? Nein, das ist eine Zunge, das ist eine Zunge. Ich bin jetzt gleich tot. Ja, da kommen immer noch Zombies, leider. Ja, leider, ich bin tot. Der Boomer. Naja. Oh, da kommen immer noch mehr Zombies an. Ah, du bist auf dem Boot, das geht schon mal ganz gut, da kriegen wir noch Punkte für. Genau, tot. Oh, das sind voll viele. Wie sie alle immer ins Wasser springen. Das ist der Splitter, der muss jetzt auch sterben. Oder er spittet gleich rauf. Ach, schade. Ach, schade. Ich hab versucht, ich zu erschießen. Du machst noch ein paar Meter. Ach, das ist richtig kacke. Naja, sie werden dasselbe Problem haben. Glaube ich nicht. Es lässt sich keiner von dem Charger ins Wasser ziehen. Meinst du? Ne. Das ist das Einzige, wo du drauf wachten musst. Ich war aber nicht direkt am Wasser. Ich war ja da, wo quasi jeder jemand war. Ja, aber du warst nicht an der Wand. Immer an der Wand bleiben, hab ich gesagt. Ja, das ist egal. Okay, ich bin klar. Ein Zombie töte die nicht. Naja. Wo kann man am besten spawnen? Wir machen das so wie die hier an der Tanke. Das ist die erste gute Stelle. Ich bin hier auf der anderen Seite. Oder Seite drüber. Und dann am besten gucken, dass sie eventuell, wenn sie doof sind, die Tanke anschießen. Oh Mann, das war ja echt kaputt. Nicht, du ziehst ja voll durch. Okay, dann komme ich auch mal da hoch. Logis muss eher als Herz angreifen, seins dem da rankommt. Ja. Aber Anne ist wieder drin, auf jeden Fall. Ich werde dann gleich vom Dach runterspringen, wenn die dann hier vorne... Wieder los. Das war ich dann gescheit. Und zwar... Jetzt. Nein. Doch, ich hab Anne. Okay. Ich hab... Ich hab McFly. Ich hol ihn weg. Ja, ich hab McFly. Ich stehe mit dem Weg. Sehr gut. Okay. Jetzt müsste ich... Wenn ich hierhin sterbe, steht er in der Kotze. Ja. Ja. Ja, die werden jetzt erstmal laufen, aber... Mocha. So, okay. Ja, warte nochmal. Charger. Charger. Ja, muss dann warten bis zum Wasser. Ja. Das dauert noch ein bisschen, bis das Wasser kommt eigentlich. Ja, aber wenn wir... Vielleicht kriegen wir dann keinen Charger. Wenn wir da keinen töten, haben wir das Löffel verloren. Wollen wir dann zu dritt weitermachen? Oder... Die sind ja jetzt gleich da. Achso. Die sind doch jetzt eher Wasser. Die laufen jetzt hier einmal durch, weil hier ist ja nichts zum durchgucken. Das bringt ja auch nichts durchzugucken, wenn alle voll sind. Ah, das stimmt. Oh, scheiße. Vorsicht! Oh, nur als uns. Ah ja, hier vorne ist ja schon das Wasser. Richtig, genau. Aber nicht da, wenn du da so spawnst, dann hören sie dich ja eh. Irgendwie hören die sofort. Ich spawn hier hinten, wenn die... Wenn die da vorne sind. Ich spawn dann auch wieder. Soll ich am besten spawnen? Hier, Craps hat Kars mit, ne? Pass auf. Ja, Boomer kann schon mal. Vielleicht kann er ja wenn ablenken. Also versuch zu spawnen, aber dann musst du auch schon da kotzen. Wenn du hinter der Wand spawnst, musst du jetzt umhauen und so. Jetzt spawnen sie da hinten schon mal. Okay, Moment. So weit geht's nicht. Ach, scheiße. Oh, schnell weg. Nein, nein, dann stirbt man. Ah, ah. Oh, zieh einen ins Wasser. Ah, das wäre geil. Ja, ja, warte. Ich versuch. Ah, verdammt. Muss versuchen, die werden jetzt ins Haus reingehen. Bevor die weg sind alle. Komm, das steht noch. Kann ich spawnen? Ja, weil die es sehen. Jetzt sind sie im Haus. Tade. Kommst du mit keinem hin? Du könntest maximal was suchen. Aber ihr könnt sie auch suchen gleich. Am besten rein spitten. Ja, ne? Ich glaube, ich könnte dann andere rumziehen, wenn das geht. Der Spitter müsste da am besten rein spitten, ne? Ja. Oh. Erwischt. Ich bin da nicht mehr. Ne, die stehen da direkt. Mal gucken, ob ihr da einen rauskriegt. Okay, oder? Ich bin da, hab alle geplatzt. Sehr gut. Sehr gut, Lobis. Bring ihn raus, bring ihn raus, bring ihn raus. Du musst ihn ins Wasser schauen, ansonsten macht es halt keinen Sinn. Ich will das Ding hier nicht gut machen. Jetzt nimm ihn mit. Prost. Jawohl. Reicht nicht, reicht nicht. Doch, reicht. Ja, weil der bleibt hier, irgendwann bleibt er ja trotzdem stehen und schlägt auf den Boden. Aber das passte. Gut, einen haben wir gekillt. Jetzt muss McFly down gehen. Sehr gut, das ist außer Gefecht. Jetzt muss er einen wegziehen, wenn er ihn aufheben will. Wie, kann ich am besten mit dem Smoker irgendwen Richtung Wasser ziehen? Ja, du siehst, wenn das... Nee, Richtung Wasser ist egal. Du musst ihn wegziehen, wenn er da aufheben will. Das heißt, dass du nicht aufheben. Okay. Schnell, das ist ein Spawn, ruhig, schau mal. Ich bin ja auch da. Alle, die gleich angreifen, können greifen an. Ja, ja, komm, 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 komm. Ich hab Gramps, ich hab Gramps. Ich hab auch einen. Bitte, bitte. Liegen da? Ich nehm Gramps und Rips. Ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Rums, Rums, Rums. Moida! Ja? So, die haben nicht mehr Punkte gemacht als wir. Ja, weil keiner auf dem Boot war. Puh. Das ist der eine Totenkopf, der unten auf der linken Seite, der auf dem Boot war. Das ist der eine. Eieiei. Die Ecke mit dem Charter, das ist das Einzige, worauf du wirklich aufpassen musst. So, der erste Part ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Noch ist alles in Ordnung. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.